Hallo zusammen, heute geht es mit meiner Guzzi zur Bergrennstrecke Zutzenbach. Infos zur Tour findet ihr in der Beschreibung. Falls euch das Video gefällt, gebt mir doch einen Daumen hoch. Habt ihr Lust auf mehr, abonniert meinen Kanal. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. 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 Ja, ja, ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja la, ja Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020